Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir das erste Mal eine Runde Counter-Strike 2 Matchmaking. Zusammen mit Ballon Dior, Nio, Anonym, Mia und Crocodile. Let's go. Oh, erste Hälfte. Sie starten als Anti-Terror-Einheit. Priviat, sagt er. Der klingt halt clean wie Olaf, ne? Das ist Olaf? Ich spiel mit Olaf? Nein. What? Okay, entspannt. Out, out B1. To B, to B1, lo ich spiel. Oh mein Gott, ey, nicht. Jetzt bin ich nervös. Ich sag so, der klingt wie Olaf. Das ist einfach Olaf. Olaf heißt einfach Ballon Dior. Ja, es ist einfach Olaf. Perfekt, perfekt. Perfekt. Kobi. Oh. Nice. Oh, der hat ne... What the fuck, Alter? Drei Titan-Holo-Scream? Was passiert denn hier in der Lobby? Ja, okay. Ich hab kein Geld. Jetzt. Kannst du mich kurz mal kurz mal? Sure. Let's go. Kurz mal Olaf. Lower Tunnel. Ich kann Flushbein hier, Olaf. Ja. oh flashing now last bot mid double doors close right nice overplayed Ach Neo? Der Neo oder was? Oh lol, ja Junge, was habe ich hier für ein Game gefunden? Alter, die Smokes! Guckt euch die Smokes an, Alter was passiert hier vom Show haut mit, haut mit, haut mit und kommt da an, kommt da an Oh sorry Ach, Mann, der steht da noch mit Ah, wirkt lower Scheiße, Lamitam, Alter Also, können wir kurz festhalten? Wir spielen Long Match mit Olof Meister und Neo, Alter Zwei fucking Counter-Strike Legenden Äh, Olof, haben sie den Crosshair-Bug mit, äh, den Shadow Dagger Da ist ein Bug? Äh, äh, der moving Crosshair wenn du, äh, ihn ausfüllen Guck mal, da muss sich Olof noch das Spiel erklären Geil Sure Sometimes, nennt er mich geil Got you Sometimes, ich bin Sometimes Ist okay Besser als nix Besser als niemals, ne? Uh Nice, Mr. Ballon Dior Der Name ist aber echt insane Ulof rasiert? Ja, der rasiert, weil er meinen Boost den Fast-Boost da bekommt, weißt du? Der rechnet so mit diesem Ulo-Boost da hier direkt an der Wand komplett Aber nein, der kriegt von mir Bam, Fast-Shop-Boost Bum, bum, bum Und dann noch ein One-Tap, äh ein One-Ticket daher von mir, Mann Ey, so ein Macher, wirklich Bum, bum Bum down One more long Two more, two more Na hi, da aim ich nicht Schöne Nate Boah, Alter Sieht aber auch krass aus, wie ich explodiert, Alter Das sieht wirklich wild aus Zweite Hälfte Sie spielen als Terrorist I can flush you out long, if you want I can flush you out long, if you want Yeah, I can rush out Nioh Wait, ich hab kein Jump-Throw hier Scheiße Das muss man sich ja binden, ne? Scheiße Ja, ohne Sky-Boxen ist so viel geiler Ich hab Angst, dass ich da, wenn ich da durchgehe, kassiere Oh, out long, out long Olof, Aiden Oh mein Gott Es geht rein Aber ohne Scheiß Es fühlt sich manchmal noch ein bisschen Es fühlt sich manchmal noch so ein bisschen Wild an Also, du, du, du Ich hab noch nicht so das Gefühl dafür Wann der Gegner jetzt wirklich tot ist, you know? Hä? Oh Haha Huch Guck mal, was ist ne Flash von mir Ich hab Nioh einfach die Confidence kurz gegeben Alter, der Mollo, Junge Es sieht so wild aus Oh mein Gott, Junge Loil, ein Nioh wird Guck mal jetzt Huuuuh Oh loil, er ist Loil Hab ich nen Time-Out oder hat er nen Time-Out? Gott, ich hab schon wieder nen Time-Out Was long? Oh, one long Ah, one long Oh no, mein Er hat nen Time-Out bekommen an Mhh Yes, 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 yes Oh Gott, ich hab nen Flash verkackt Haha Loil, ich bin Oh oh Das ist ne richtige Attacke Come on Let's try Die hört die, die, ich find die Glock geil Die fühlt sich wie so ein richtig Attacke an Bapapapapapap I don't like that hehehe we're gonna fix this bomb now got to man one it's here both one close it's here Das door GG's, thanks for game Let's go Let's go, let's go, let's go Nice, ey Witz, sehr, sehr geil Scoreboards, any scoreboarders Ey, komm Gute Performance von mir, kann man nicht anders sagen Let's fucking go, aber ja Das war das erste Mal Das erste Matchmaking In CS2, vielen Dank fürs Zusehen Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht Und, äh, war wild Olaf und Neo einfach im Team gehabt Aber ja, danke fürs Zusehen Habt noch einen schönen Tag, later